Ja, ich wollte einfach mal zeigen, diese Mütze, die ich bei Sonnenrockys Sonnenstübchen käuflich erworben habe. Einfach, ich trage eigentlich gar nicht so oft Mützen, aber ich fand ihre Mützen einfach besonders cool und ich habe auch keine Lust irgendwie im Laden oder so mir irgendeine 0815 allgemein Klamotten zu kaufen und die sind meistens auch nicht so schön und ja, das wollte ich einfach mal zeigen. Ich finde das von den Farben her sehr schön, auch wenn das jetzt nicht zu meinem momentanen T-Shirt gerade passt. Moment, vom Abiturie. Aber ich trage ja nicht nur solche T-Shirts. In der Öffentlichkeit trage ich solche T-Shirts gar nicht mehr und ja, ich habe auch farbige T-Shirts und so weiter. Und ich finde das, ich denke beim Joggen werde ich das auch viel tragen, wegen, ja über den Kopf halt am meisten Wärme abgegeben wird und meine Ohren öfters kalt sind, also besonders unter 0 Grad. Ich gucke schon wieder nicht in die Kamera. Wollte ich nochmal kurz erzählen, also ich finde, ich habe es jetzt ohne Schurwolle nachgefragt, ob das ginge und ich finde es trotzdem extrem gut. Ist auch schön warm. Fand den Preis mega genial und angemessen. Ja, wollte ich nochmal erzählen. Bis dann.